So, dann Gunpowder weg, Pfeile weg und die Knochen natürlich. Ah, hier mal das ganze Reetorin. So. Dann gehe ich noch schnell ernten. Haben wir, oder? Ach nee, haben wir eh so viel Zeug. So. Ach ja. Ich wollte hier ja weiterbauen. Dann kommt hier Erde rein. Äh, die Erde raus. So. So wollte ich sagen. Ah, in der Ecke hätte ich es lassen können. Und dann mache ich hier... Das Deckholz haben wir eh parat. Mache ich hier Holz rein. Ich wollte die Decke eh eins niedriger machen. Oder? Ach, scheiß drauf. Holz rein. So. Das sollte nicht hin. Na, habe ich es jetzt bald? So, Drew, kommst da nicht hin. Du kommst da hin. Dann haben wir die Deckenhöhe auch schon festgelegt. Wo ist meine Spitzhacke? Mann, reiche sie mir. So. Die geht zwar eh gleich im Popo, aber... Erst gleich. Dann klatsche ich hier mal das Holz rein. So. Sieht doch schon mal angenehm aus. Ach ja, fackeln wollte ich auch noch. So, dahin, dahin. Jetzt machen wir meine Pfosten mal aus Holz hier. Dazu schaufel ich mal hier die ganze Erde weg. Alles eingesammelt. Vor allem die Fackeln. So. Eins, zwei, drei, vier. Zack, 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 zack. Nee, verbaut. Ich bin schon wieder so still, weil ich hier baue. Das ist irgendwie uncool. Deswegen muss ich mir jetzt irgendwie ein Thema schon wieder ausdenken, was ich erzählen könnte. Aber das kommt irgendwie immer von selber. Ich mache ja gern Let's Plays und es kommt schon von selber. So, weg damit. Da rausgehauen. Bisschen planlos rumsteuern, wie immer. So. Zack, zack. Dann habe ich den ersten Stack Erde auch... Äh, Holz auch schon wieder verbraten. Ist ja toll. Aber zum Glück haben wir das letzte Mal eine schöne Holzrunde gedreht. Dass wir höher genug Holz haben, wieder fürs Erste. So. Und das dürfte natürlich reichen. So. Jetzt gehe ich mal kurz hoch. So. Dann mache ich mir eine Spitzhacke. Spitzhacke gezimert. So. Ich könnte die... Kohle noch unter die Erde bringen. Äh, die Kohle sage ich... Die Wolle. Die Wolle Rose kaufen. So. Zack, 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 zack. 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 Jetzt springt die Tür wieder aus den Angeln. Wenn wir wieder in den Block darunter entfernt haben. So. Dann setze ich die Tür gleich wieder ein. So. Man will ja nicht ohne Tür dastehen. So, da, 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 da. Wieder hier rausgeklopst. Was, weil wir hier Erde bewegen schon wieder. Na, nicht normal. So. So, 25 haben wir noch. Wird zwar immer noch nicht reichen. Aber wir kommen ein gutes Stück voran. Und wenn es ist, wir wissen ja, wo Nachschub rumsteht. An Wolle. So, so. Noch 14 Stück. Da habe ich noch drei. So. Viel Wolle braucht man ja nicht mehr. Und die ganze Erde wieder eingesammelt. Wie eh und je. So. Ich brauche eine Spitzhacke. Oder hatte eine gebraucht. Deswegen weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Ich bin irgendwie heute total unfähig. Wie lange nehme ich schon wieder auf? Eineinhalb Stunden. Das war eigentlich mein Limit für heute, dass ich nur eineinhalb Stunden aufnehme. Deswegen mache ich hier die Forst noch fertig und werde dann die Aufnahme wenden. Das wird dann, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Ist ja auch nicht gleich gemacht. So, warte, ne? So. Die Spinne hört sich so verflucht nah an. Schön. Hier geht genau eine Mauer lang. Das sieht man recht toll. Ach. Scheiß drauf. Machen wir es in der nächsten Aufnahme. Fertig. Sonst komme ich hier in AGB-Gedrängnis mit meinem Zeitplan. Hier ist mein Eisen fertig. Dann können wir uns das nächste Mal vielleicht ein Eisenrüstchen machen. Aber wir haben ja jetzt über 90 Dinger und so. Eisenblöcke. So. Dann lege ich mich nochmal hin und sage Tschau. Bis zum nächsten Mal. So. Da sind wir mal wieder bei Minecraft, Leute. Ich habe jetzt ein bisschen an meinem Texturenpack geschraubt. Aber ich bin noch nicht fertig. Ein paar Sachen sind schon drin. Ein paar Sachen. So weit bin ich noch nicht gekommen. Aber im Weihnachtsurlaub jetzt habe ich glaube ich genug Zeit und ich kann da mal ein bisschen was machen. was habe ich denn vor? Was habe ich vor? Was habe ich vor? Wir gehen glaube ich wieder in die Höhle. Aber als erstes machen wir uns mal erst eine fette Rüstung. Rüstung, Rüstung. Da habe ich in das Eisen hingepackt. Schon lange nicht mehr gespielt. 27 dürften reichen. Hoffe ich mal. So. Gehen wir mal an den Crafting Table. So. Da sieht man schon ein bisschen was, was ich gemacht habe. Aber noch nicht viel. So. Helmchen. Kleinen Helmut. Wie geht ins Oberteil? So mal nicht. So geht die Hose. Huch. Schuhe waren so. Oberteil, 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 Oberteil. Äh, huch. Ich habe jetzt echt gerade keinen Peil. So. Nee, so. Wo ist die Hose? Ich bin so blöd fürs Oberteil. Gibt es denn das? Gibt es denn das? So. Nee, das sind die. Äh. Auch nicht. Ah, wartet mal kurz jetzt. Muss ich doch mal kurz nachgucken. Das dauert ein bisschen. Ich habe gerade die Seite nicht parat. Deswegen muss ich ein bisschen suchen. Bevor ich hier noch ein paar tausend Jahre versuche, es selber rauszubringen, suche ich lieber gleich mal im Internet. Das bekannte Minecraft-Wiki, wie immer. So. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Helm. Ach, das Oberteil. So geht's. Na, bin ich jetzt unfähig, es zu machen. So. Jetzt haben wir's. So. Geht doch. Und dann. Axt brauche ich nicht. Mach ich mir noch eine Spitzhacke. Spitzhäkelchen. So, so. So. Ah, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Bin ich noch nicht zugekommen. Ich habe aber andere Sachen schon ein bisschen implementiert. Gravel sieht zumindest anders aus. Der Ofen ein bisschen. Wenn ihr Ideen habt, immer raus sammelt. Ich höre. Ich tue sie mir gern an. Antun hört sich jetzt komisch an in dem Zusammenhang. Habe ich nicht mehr Strings? Ah. Habe ich. Ah, Pfeile. Meine Pfeile sehen auch anders aus. Das sind jetzt so kleine Wurfsterne. Wäre vielleicht. Ja, ruckel nicht rum hier Minecraft. Dann mache ich mir einen Bogen auch noch schnell. Der war, der war, der war. So, so, so. Und so, so, so. So ein kleiner Ninja-Handschuh. Und dann kann man da so zack. Da ist er. So. War ein Haufen Arbeit. Hoffentlich gefällt es. Ich finde es lustig. So. Dann haben wir eine Rüstung. Wir haben eine Spitzhacke. Wir haben Pfeile bei. Jetzt weinen wir noch ein bisschen auf hier. So, die kommen hier rein. Holzhammer. Kohlehammer. Die Shears nehme ich mal mit. Sugarcans. 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 Pack ich mal, pack ich mal, pack ich mal. Die packe ich hier rein. So, hier mal die Kombination. Eine Axt. Habe ich eine, die dürfte reichen. Crafting Table. Bedhammer. Dirty Harry. Machen wir mal ein 64er Stack. Und ein Door. Wieso habe ich eine Tür dabei? Ich weiß es nicht mehr. Schäufelchen könnte ich brauchen. Nehmen wir 32 Eisen mit. So. Dann können wir uns für unterwegs auch noch ein bisschen was machen. So. Schäufelchen noch. So. Dann haben wir zwei Spitzhacken. Zwei Exte Seeds. Kann ich rausschmeißen, wenn es dann ist. So. Dann gehe ich mal lieber mal wieder zur Höhle. Ein Schwertchen. Scheiße. Ein Schwertchen wäre cool. Ah, ich vergesse immer die Hälfte. So, so. Dann hoffe ich mal, dass wir besser gerüstet sind mit unserer Eisenrüstung. Diamantrüstung wäre zwar cooler, aber... Was soll's.